auch das nicht erwiderte der seemann wir sind ehrliche matrosen aber ich will dir etwas sagen kamerad die geschichte kommt mir hier verdächtig vor daß die ganze mannschaft sich nämlich in den boten gerettet und dich hier allein als eigentümer des fahrzeugs zurückgelassen haben sollte weshalb erzählst du nicht einfach die wahrheit und tust sogar als ob du gar nicht darauf gewartet hättest von einem andern schiff hier mit fortgenommen und unter menschen gebracht zu werden und wer sagt euch daß ich wieder unter menschen will erwiderte der bursche und schoß einen blick voll haß und gift auf den seemann nun mein gott das ist zu toll lachte der seemann laut auf aber komm john wir dürfen uns nicht länger mit dem patron aufhalten es wird dunkel und wir wollen doch erst einmal sehen ob wir nicht wenigstens die bücher bei tageslicht finden können steuermann sagte der bootsmann der den kopf wieder zur tür hereinstreckte hier an bord ist faul spiel gewesen an deck sind eine menge blutflecken wohl ein bißchen abgescheuert aber doch nicht ganz vertilgt aha mein bursche ob ich mir nicht auch so etwas gedacht habe wie sieht's mit dem wasser aus bootsmann es steht wasser im raum aber das schiff sitzt auf den korallen auf und kann nicht weg sinken gut denn so helft einmal hier die kajüten revidieren und mit den worten wollte er nach der tür zu die er mit der einrichtung derartiger schiffe vollkommen vertraut für die kapitäns kajüte hielt als der bisherige bewohner des schiffes mit einem wahren wutgebrüll aufsprang sich zwischen ihn und die tür warf und in demselben augenblick auch aus seinem gürtel oder wo er sie sonst herbekommen eine der gewöhnlichen schiffspistolen riß und sie dem maid entgegen hielt aber es war nur ein moment der bootsmann hatte wie nur der unheimliche gesell die erste rasche bewegung machte schon die noch neben der tür lehnende handsparke aufgegriffen und wenn er sie in dem niedrigen kajütenraum auch nicht zum dreinschlagen gebrauchen konnte faßte er sie doch mit beiden händen und warf sie blitzschnell wie eine harpune mit solcher kraft gegen den feind an daß dieser davon zurück taumelte allerdings drückte er noch im fallen die pistole ab aber die kugel schlug in die deckbalken und in demselben moment kniete auch schon john auf seiner brust und riß ihm die waffe aus der hand es entstand jetzt ein kurzes ringen wenn der finstere gesell aber auch fast riesige kräfte zeigte und wie ein rasender selbst mit den zähnen seine angreifer zu fassen suchte war er den drei kräftigen männern doch nicht gewachsen und wie die beiden andern leute von der betsy ann durch den schuß herbeigerufen in die kajüte stürzten befand er sich schon macht und widerstandslos in der gewalt seiner gegner